Es ist ein brisanter Geheimdienstbericht, der das bestätigt, was in den vergangenen Monaten oftmals als Verschwörungstheorie abgetan worden war. Die Corona-Pandemie ist wahrscheinlich durch ein Leck in einem Labor entstanden. Zu diesem Urteil kommen das US-Energieministerium und das FBI, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Coronavirus, das die ganze Welt in eine pandemische Krise stürzte, soll laut neuesten Erkenntnissen nicht von der Fledermaus stammen. Diese Erkenntnisse habe man kürzlich dem US-Präsidenten und den Abgeordneten des Kongresses mitgeteilt, heißt es weiter. Unumstritten bleibt diese Theorie trotzdem nicht. Vier andere US-Behörden sowie das Nationale Geheimdienstgremium seien noch immer davon überzeugt, dass das Virus auf natürliche Weise übertragen worden sei. Jedoch sagte das FBI bereits 2021 mit mäßiger Zuversicht voraus, dass die Pandemie vermutlich auf ein Laborleck zurückzuführen sei. Es ist von moralischer Wichtigkeit, sagte unterdessen der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vergangene Woche. Zu verstehen, wie es dazu kam, dass wir unsere Liebsten verloren haben. China würde die Suche zudem nach wie vor erschweren, indem die Regierung kaum kooperiere und angefragte Studien nicht durchführe.